Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir wieder 30 Fragen aus deiner theoretischen Führerscheinprüfung für das Motorrad. Wir haben hier 20 Fragen aus dem Grundstoff und 10 Fragen aus dem Zusatzstoff. Diese Fragen bekommst du nur, wenn du den Motorradführerschein machst. Rechts oben sehen wir immer, wie viele Fehlerpunkte die Aufgabe gibt. Es gibt zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten. Hast du mehr als 10 Fehlerpunkte, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Hast du 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch, gilt die Prüfung auch als nicht bestanden. Das sind nämlich besonders schwierige, kritische Fragen. Und ja, welche auf dich warten, das zeige ich dir jetzt. Ich lasse die Fragen und Antworten vorlesen, lasse dir eine kurze Bedenkzeit und dann erkläre ich was dazu. Also bei solchen Aufgaben klicken wir immer das Längste an, das Höchste. Wir gehen nämlich immer vom Schlimmsten aus und ja, das wäre in dem Fall nach mehreren Wochen. Okay, also es geht um die beiden Radfahrer hier rechts am Fahrbahnrand. Okay, der graue Transporter, der ist ja weit hinter uns. Damit müssen wir jetzt nicht rechnen. Es geht um die beiden Radfahrer. Die rechte Radfahrerin hier könnte stehen bleiben und der da vorne, der gibt da schon so Handzeichen. Der zieht wahrscheinlich gleich links rüber. Gut, hier gehen wir natürlich auch immer vom Schlimmsten aus und da wären alle drei Aufgaben bzw. drei Antworten richtig. Also am rechten Fahrbahnrand orientieren ist immer eine sehr gute Sache. Gerade auch nachts, wenn Gegenverkehr kommt, niemals in den Lichtkickel reinschauen. Du als Motorradfahrer weißt ja die goldene Regel, du fährst immer dorthin, wo du hinschaust. Deswegen auch bei der Kreisfahrt, die Grundveraufgabe Kreisfahrt, nicht vors Vorderrad schauen, sondern dahin, wo du hin möchtest. Genau das gleiche beim Schrittgeschwindigkeitsslalom zum Beispiel, nicht die Hütchen anschauen, sondern dahin, wo du hin möchtest. Beim großen Slalom natürlich ganz genau das gleiche. Ja, und wir prägen uns natürlich auch die Notausgänge und Telefone ein, ist ja klar. Womit müssen Sie hier rechnen? Okay. Dass Einmündungen übersehen werden. Dass zu schnell gefahren wird. Dass Kinder auf die Straße laufen. Also ich hätte jetzt auch gesagt, Kinder wegen dem Eiswagen, dass zu schnell gefahren wird. Ja, die Straße ist halt gut ausgebaut, breit. Und ja, dass Einmündungen übersehen werden. Also ich sehe hier eine Kreuzung. Ich hasse diese Fragen mit so Straßen. Dass zu schnell gefahren wird. Dass Kinder auf die Straße rennen, dass Einmündungen übersehen werden. Also ich sehe keine Einmündung, ich sehe nur eine Kreuzung. Also können Einmündungen übersehen werden? Ja, ich würde sagen ja. Warum ist hier ein größerer Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug erforderlich? Ja gut, wir haben Wasser auf der Straße. Demnach gerade für uns Motorradfahrer. Weil sonst Spritzwasser die Sicht erschwert. Ekelhaft, so Wasser auf dem Helm. Also auf dem Visier. Weil sonst Unebenheiten der Fahrbahn später erkennbar sind. Weil der Bremsweg länger ist als auf trockener Straße. Also Bremsweg ganz klar länger, weil die Straße nass ist. Unebenheiten auf der Fahrbahn. Naja, das Wasser bildet sich natürlich immer da, wo Unebenheiten sind. Also in den Löchern. Naja, dementsprechend würde es man eigentlich besser erkennen. Aber wir gehen vom Schlimmsten aus. Wir klicken das auch an. Auf der Fahrbahn befindet sich Öl. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? Gut, also glücklicherweise nicht in einer Kurve. Ist halt jetzt blöd, weil gerade Gegenverkehr kommt. Hinter uns, ja, hinter uns fährt auch einer. Gut, wir fahren knappe 35. Also wir fahren halt vorsichtig durch, ne? Ich weiche auf die linke Fahrbahnhälfte aus. Das machen wir nicht. Ich vermeide starkes Bremsen und ruckartiges Lenken. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ich informiere die Feuerwehr. Ja, das kannst du machen. Die kommt dann, streut dann so einen Sand drauf. Der Sand nimmt das Öl auf und dann kann es einfach weggekehrt werden. Also die nehmen den Sand halt dann wieder mit. Okay, ein Video. Was passiert? Wir sind auf einer Vorfahrtstraße. Innerorts, wir fahren 40, okay. Links das Kind. Wir wollen links abbiegen. Das Kind ist dann jetzt hinter dem Transporter. Ah, okay, nee, wir wollen nicht links abbiegen. Wir fahren an diesem Hindernis vorbei und das Kind rennt auf die Straße. Alles klar. Warum müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren? Weil der braune Transporter anfährt. Nein, weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist. Ja, weil sich ein Kind der Farbe, ja genau. Okay, also wegen dem Kind und weil die Situation unübersichtlich ist. Es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel hier noch ein Radfahrer rausschießt. Zwei Fahrzeuge kommen sich auf einer Kreuzung entgegen. Beide Fahrzeuge möchten jeweils nach links abbiegen. In welchem Ausnahmefall müssen sie hintereinander abbiegen? Okay, damit ist gemeint, wir haben hier eine Kreuzung und normalerweise ist es ja so, dass wenn hier einer kommt und da einer kommt und beide Fahrzeuge wollen jeweils links abbiegen, sprich wir wollen da rein und er möchte da rein, dann wird ja normalerweise immer voreinander abgebogen. Deswegen immer machst du das in der Prüfung nicht, ist die Prüfung vorbei. Das heißt, du fährst in die Mitte der Kreuzung, bleibst aber auf deiner Straßenseite, okay? So, das ist deine Straßenseite. Hier bleibst du stehen. Und der andere fährt auch in die Mitte der Kreuzung und bleibt auf seiner Straßenseite oder seine Kreuzungsseite. Das heißt, am Ende steht ihr beide so. Okay, ihr fahrt beide in die Mitte der Kreuzung und im Idealfall stellt ihr euch so leicht schräg, dann könnt ihr noch am anderen vorbeischauen, ob frei ist. Ja, und jetzt ist die Frage, in welchen Fällen wird davon abgewichen, also wann wird nicht voreinander abgebogen? Wenn die Gestaltung der Kreuzung es erfordert, wenn die Verkehrslage es erfordert, wenn eine gleichrangige Kreuzung befahren wird. Das mit der gleichrangigen Kreuzung kannst du sofort vergessen. Das ist, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Das ist Quatsch. Also, wenn die Gestaltung der Kreuzung es erfordert. Ja, es gibt, das sieht dann so aus. Das sieht dann so aus. Warte. So. Ach, jetzt habe ich es falsch gemacht. Jetzt ist sowas ja richtig gewesen. Moment, Moment. Ne, Quatsch. Doch, stimmt doch. Stimmt schon. Stimmt schon. Stimmt schon. Stimmt schon. Wir müssen ja, so. Jetzt sind wir hintereinander, okay? Das heißt, wir kommen hier angefahren, dürfen ja nicht über die durchgezogene Linie fahren. So, und dann wird sich hier eingeordnet und der Gegenverkehr, der Gegenverkehr ordnet sich hier ein. Und jetzt wird hintereinander abgebogen. Hat halt den Nachteil, wenn viele Fahrzeuge abbiegen wollen, dann steht halt hier einer, dann steht da einer, dann steht da einer, dann steht da einer und da einer und hier auch. Und dann geht es nicht mehr, weil die würden ja ineinander fahren. Ja, deswegen immer voreinander. Aber es gibt einzelne Kreuzungen, wirklich ganz, ganz, ganz wenige. Da wird hintereinander abgebogen und das ist die Gestaltung der Kreuzung. Das ist nämlich dann richtig. Wenn die Verkehrslage erfordert, also wenn der Trottel aus irgendeinem Grund doch zu weit in die Kreuzung reingefahren ist und du stellst dich genau davor, dann wird es natürlich auch nichts. Also dann biegst du halt hinter ihm ab. Das ist eine Notsituation. Also zwei ist ja auch richtig. So, wir fahren innerorts mit 50 auf einer Vorfahrtstraße bei schlechtem Wetter und schlechtem Internet. Ja, wir wollen links abbiegen. Der Lkw, hinter dem Lkw wird gleich ein weiterer Motorradfahrer kommen, genau. Und ganz klar, wir müssen den natürlich erst durchfahren lassen. Es geht aber darum, dass du den Motorradfahrer siehst. Also der Lkw verdeckt den Motorradfahrer. Und die Frage ist, warum müssen sie in dieser Situation mit dem Abbiegen warten? Wegen des Motorradfahrers, wegen des Fußgängers, wegen des Lkw. Natürlich auch wegen des Lkw. Aber Fußgänger, aufpassen, da war kein Fußgänger, der uns irgendwie behindert. Die Radfahrerin möchte geradeaus fahren. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Ja, lass sie doch geradeaus fahren und bieg dahinter einfach ganz easy ab. Ist doch wunderbar. Ich überhole die Radfahrerin. Ja, gute Idee. Also wir bleiben hinter der Radfahrerin, dann ist natürlich alles cool. Wozu kann ein ausreichender Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug beitragen? Zur Verringerung des Unfallrisikos. Zur Einschränkung der Sicht. Zum vorausschauenden Fahren. Also, nochmal anders formuliert. Warum ist es gut, wenn wir mehr Abstand zum Vordermann einhalten? Ganz klar verringert das Unfallrisiko. Wenn der Vordermann bremst, dann haben wir natürlich noch genügend Abstand, um zum Reagieren. Vorausschauende Fahrweise. Perfekt. Umso mehr Abstand du zum Vordermann lässt, desto besser kannst du auch die Verkehrssituation wahrnehmen. Du siehst die Ampeln besser. Du siehst, wenn der Vordervorder Vordermann bremst, dann kannst du nämlich schon vom Gas runtergehen. Da musst du gar nicht erst schauen, was der Vordermann treibt, sondern du siehst halt schon ganz, ganz, ganz hinten an der Ampel, an der Kreuzung, was los ist. Und kannst dementsprechend reagieren. Also, mehr Abstand. Sie sind an einem Unfall beteiligt. Welches Dokument müssen Sie anderen Unfallbeteiligten auf Verlangen vorweisen? Den Führerschein. Den Vertrag zur Haftpflichtversicherung. Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder die Betriebserlaubnis. Ja gut, also ich mache das immer so, dass ich mir den Perso, den Führerschein und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 geben lasse und das abfotografiere von beiden Seiten. Die Betriebserlaubnis ist im Prinzip ähnlich wie die Zulassungsbescheinigung. Betriebserlaubnis brauchst du für Fahrzeuge, zum Beispiel für so einen AM-Roller. Die haben halt nur eine Betriebserlaubnis. Vertrag zur Haftpflicht ist Quatsch. Vertrag hast du ja nicht dabei. Also 1 und 3. Sie möchten während der Fahrt telefonieren. Was müssen Sie beachten? Ich benötige eine Freisprecheinrichtung. Ich darf ohne Freisprecheinrichtung telefonieren, wenn das Fahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit fährt. Ich darf ohne Freisprecheinrichtung telefonieren, wenn das Fahrzeug an geeigneter Stelle steht und der Motor vollständig abgestellt ist. Genau, die letzte Antwortmöglichkeit ist richtig. Der Motor muss aus sein, das Fahrzeug muss irgendwo abgestellt sein, wo man halt halten darf. Oder ich brauche eine Freisprecheinrichtung, ganz klar. Worauf sollten Sie nach dem Starten Ihres Fahrzeugs achten? Ich sollte möglichst unverzüglich losfahren. Ich sollte möglichst mit niedriger Motordrehzahl fahren. Ich sollte möglichst den Motor im Stand warm laufen lassen. Okay, also möglichst gleich losfahren mit niedriger Drehzahl. Bitte nicht im Stand warm laufen lassen. Das funktioniert auch gar nicht, denn wenn der Motor im Stand läuft, dann läuft er mit der Minimaldrehzahl. Das heißt, er wird halt nicht warm. Er läuft halt so und hat einen hohen Verschleiß und hohen Kraftstoffverbrauch und steht halt einfach nur da und macht gar nichts. Wenn du mit dem Fahrzeug fährst, egal ob Motorrad oder Auto, dann hast du eine leicht erhöhte Drehzahl. Das Fahrzeug kommt schneller auf Temperatur, hat schneller die nötige, wenn das Öl im Motor kalt ist, dann ist es fester, als wenn es warm ist. Das heißt, der Motor wird nicht ausreichend geschmiert. Die Teile haben noch nicht die Form, die sie brauchen. Metall dehnt sich ja mit der Temperatur aus. Ja, und der Motor ist natürlich dafür gebaut, dass er auf hohen Temperaturen funktioniert und nicht kalt im Stand. Also fahr los, fahr langsam los, niedrige Drehzahl, aber fahr. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Rechts vor links, wir fahren gerade, äh, ja, rechts vor links. Der Radfahrer darf zuerst fahren, auch wenn er links abbiegt, es ist vollkommen egal. Er hat Vorfahrt, weil er von rechts kommt. Ich warne den Radfahrer durch Hub. Ich fahre vor dem Radfahrer. Ich warte, bis der Radfahrer abgebogen ist. Ja, wir warten, der Radfahrer darf zuerst fahren. Welches Verhalten ist richtig? Okay, wir biegen ab, wir verlassen die Vorfahrtstraße, der Lkw bleibt auf der Vorfahrtstraße, dementsprechend hat der Lkw Vorfahrt. Wir müssen warten. Welches Verhalten ist richtig? Der Motorradfahrer ist in dem Fall auf der Vorfahrtstraße, auch wenn er links abbiegt, er ist auf der Vorfahrtstraße, bleibt auf der Vorfahrtstraße. Wir haben ein Vorfahrtgewehren, dementsprechend müssen wir warten. Der Motorradfahrer darf zuerst fahren. Welche Fahrzeuge dürfen in eine so gekennzeichnete Fahrradstraße einfahren? Die Frage habe ich schon mal falsch gemacht. Alle Mofas mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit unter 25 km pro Stunde. Ja, das habe ich nämlich damals angekreuzt gehabt und das war falsch, weil ich irgendwie gedacht habe, Mofas müssen ja außerorts den Radweg benutzen und 25 kmh hin oder her, das ist falsch, das kreuzen wir nicht an. Alle Fahrzeuge, die von Anliegern gefahren werden. Alle Pkws, wenn sie Schrittgeschwindigkeit fahren. Nein, also nur Fahrzeuge von Anliegern. Anlieger sind zum Beispiel Besucher, Leute, die dort einkaufen möchten in der Straße, die, die dort wohnen. Also jeder, der ein Anliegen hat, in diese Straße reinzufahren, ist halt ein Anlieger. Ah, Moment. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen berücksichtigen? Der Bremsweg verlängert sich. Die Bremswirkung wird besser, wenn kein Gang eingelegt ist. Bei längerer Betätigung der Bremse kann die Bremswirkung nachlassen. Ja, also es geht bergab, das sehen wir, 10%. Das heißt, wir lesen das Verkehrszeichen immer von links nach rechts. Das Fahrzeug fährt bergab. Dementsprechend verlängert sich der Bremsweg. Die Bremswirkung wird besser, wenn kein Gang eingelegt ist. Quatsch. Wenn kein Gang eingelegt ist, dann kann natürlich auch die Motorbremse nicht wirken. Das heißt, das Fahrzeug wird schneller, beziehungsweise du musst mehr mit der Betriebsbremse arbeiten. Also schlecht. Bei längerer Betätigung kann die Bremswirkung nachlassen. Das ist richtig. Dann werden die Bremsen zu heiß und die Bremswirkung kann nachlassen. Okay, wir sind jetzt beim Zusatzstoff Klasse A. Das heißt, diese Fragen bekommst du nur, wenn du den Motorradführerschein machst. 10 Fragen. Schauen wir mal. Warum sollten sie beim Fahren mit einem Kraftrad geeignete Motorradstiefel tragen? Weil sonst bei einem Umkippen im Stand schwere Fußverletzungen auftreten können. Auf jeden Fall. Also mindestens knöchelhohe Schuhe. Weil sonst die Fahrzeugbedienung durch Witterungseinflüsse eingeschränkt sein kann. Das stimmt. Du hast zum Beispiel, was weiß ich, so Sneakers an oder sowas. Vielleicht mit einer ganz dünnen, ja, so dünne, so, wie nennt man das? Die, wo halt so leicht offen sind für den Sommer, so poriöse Schuhe. Dann regnet es. Dann fährst du mit 50, 60, 100 kmh. Das wird natürlich arschkalt an den Füßen. Weil sonst bei einem Unfall der Versicherungsanspruch eingeschränkt werden kann. Boah, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon. Vielleicht, wenn du die Versicherung, wenn du bei deiner Versicherung unterschreibst, vielleicht steht da, dass du immer geeignete Motorrad-Schutzkleidung tragen musst. Könnte ich mir vorstellen. Das kreuzen wir jetzt mal an. Welche Auswirkung hat die Mitnahme eines Sozius auf das Fahrverhalten eines Kraftrads? Also anders gesagt, ähm, wie verhält sich dein Fahrzeug anders, wenn du einen Mitfahrer hinten drauf hast? Das Kraftrad ist schwerer zu stabilisieren. Ja, in geringen Geschwindigkeiten auf jeden Fall. Das Verhalten beim Bremsen ändert sich. Na klar, du hast ja mehr Masse, die du abbremsen musst. Die Empfindlichkeit gegenüber Seitenwind nimmt ab. Nein, die Empfindlichkeit gegenüber Seitenwind nimmt zu. Also du hast ja jetzt mehr Fläche. Dementsprechend kann der Seitenwind besser angreifen. Und dann würde halt die Seitenwindempfindlichkeit zunehmend nicht ab. Wie verhalten sie sich richtig, wenn sie bei einer nächtlichen Fahrt Ermüdungserscheinungen spüren? Ich verzichte auf eine Unterbrechung und kämpfe gegen die Müdigkeit an. Ich unterbreche die Fahrt für eine ausreichende Pause. Ich lasse nach Möglichkeit einen Mitfahrer fahren. Ja, also Fahrt unterbrechen, Mitfahrer fahren lassen. Dann setzt du dich hinten aufs Motorrad drauf, schläfst ein. Das ist eine gute Idee. Nee, ich glaube, die letzte Antwortmöglichkeit ist richtig. Also einfach, dass du halt das Fahrzeug nicht mehr fährst. Hoppala. Was ist bei einer Gruppenfahrt mit mehreren Motorrädern zu beachten? Auf geraden Strecken sollte versetzt gefahren werden. Mhm, das ist richtig. Also immer, dass einer auf der linken Fahrbahnseite fährt, auf dem Fahrstreifen, dann rechts, dann links, dann rechts. Das ist besser, dass man einfach besser aneinander vorbeischauen kann. Und wenn der Vordermann bremst, dann hat man noch einen besseren, einen längeren Bremsweg, bis es kracht. Die Fahrweise der Gruppe sollte sich am unerfahrensten Fahrer orientieren. Das ist natürlich auch richtig. Der, wenn du mit zehn Leuten unterwegs bist, dann ist derjenige, der am besten fahren kann, der, der ganz hinten ist. Der, wo die schwächste Maschine hat, der, wo noch nicht so viel Fahrerfahrung hat, das ist der, der vorne fährt. Der mit der stärksten Maschine, der am besten fahren kann, der fährt hinten. Die Gruppe hat in jeder Verkehrssituation zusammenzubleiben. Nein, natürlich nicht. Also wenn die Ampel rot ist, dann trennt sich halt die Gruppe. Vorne warten sie dann meistens, bis die Ampel wieder grün zeigt. Also, ähm. Welche Ursache führt bei jungen Fahrern häufig zu sogenannten Disco-Unfällen? Die Fahrer merken nicht, dass sie übermüdet sind. Die Fahrer merken nicht, dass sie fahruntauglich sind. Die Fahrer merken nicht, dass sie körperlich erschöpft sind. Da kreuzen wir einfach alles an. Wie gesagt, wir gehen immer vom Schlimmsten aus. Das Motorrad möchte links abbiegen. Wie verhalten Sie sich richtig, wenn das Motorrad nicht anhält? Ja, ich wollte schon gerade sagen, der kommt von so einem Winkel. Es kann sein, dass der uns nicht wahrnimmt. Im Motorrad, also im Helm, hast du ja auch eine eingeschränkte Sicht. Also da musst du sich schon gescheit umdrehen, damit er uns hier sehen kann. Ich hupe und fahre unverändert weiter. Ich verringere meine Geschwindigkeit. Ich verzichte auf meine Vorfahrt. Also wir verzichten natürlich auf unsere Vorfahrt, wenn er nicht anhält, ganz klar. Okay, wieder ein Video. Wir fahren 80 kmh außerorts. Hinter uns ist keiner. Die Fahrbahn ist relativ unübersichtlich. Da kommt irgendwas entgegen. Oh ja, da kommt der Traktor. Und das Motorrad kommt noch entgegen. Okay, also es geht höchstwahrscheinlich um das Motorrad, welches gerade vom Traktor verdeckt ist. Warum dürfen Sie jetzt nicht überholen? Wegen des Motorrades? Ja, wegen des blauen Transporters. Wegen des Überholverbot? Da war kein Überholverbot. Also nur wegen des Motorrades. Fertig. Sie möchten Ihr am Kraftrad befestigtes Navigationsgerät nutzen. Was sollten Sie beachten? Ich sollte die Sprachausgabe über Headset benutzen. Ja, natürlich. Also das hörst du ja nicht, wenn du da Freisprecher anmachst. Ich sollte das Gerät möglichst nicht während der Fahrt bedienen. Klingt gut. Ich sollte das Fahrtziel bei stehendem Kraftrad eingeben. Sie möchten einen LKW mit Anhänger überholen. Was müssen Sie dabei beachten? Das Ausscheren zum Überholen darf erst unmittelbar hinter dem Lastzug erfolgen. Der erforderliche Überholweg verlängert sich wegen des Anhängers deutlich. Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende Fahrzeuge verdecken. Okay, das sind immer schwierig komplizierte Formulierungen. Also bei der ersten Antwort würde es bedeuten, dass du sehr dicht auf diesen LKW drauf fährst und dann erst zum Überholen ausscherst. Das ist Quatsch. Das machst du bitte nicht. Das ist auch sehr gefährlich. Denn umso dichter du drauf fährst, desto weniger siehst du vom Straßenverlauf. Anders bei der allerletzten Antwort, der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende Fahrzeuge verdecken. Das bedeutet praktisch, wenn du so dicht drauf fährst, der Umriss, also du siehst halt dann einfach weniger, umso dichter du drauf fährst. Bei der zweiten Antwortmöglichkeit natürlich wieder der Überholweg länger, weil noch ein Anhänger dran ist. Also damit musst du natürlich rechnen, dass das Ganze etwas länger dauert. Wie müssen Sie sich verhalten, wenn nach dem Motorstart die Öldruckkontrollleuchte nicht erlischt? Ich fahre bis zum nächsten Ölwechsel weiter. Ich kontrolliere den Motorölstand. Ich stelle den Motor umgehend ab. Ich denke mal 2 und 3 ist richtig. Wenn das passieren würde, dann würde ich einen kurzen Gasstoß geben oder versuchen ein paar Meter zu fahren. Normalerweise sollte sie dann ausgehen. Wenn sie nicht ausgeht, dann gehst du so vor, dass du den Motor abstellst, 3 Minuten wartest und deinen Ölstand kontrollierst. Warum 3 Minuten warten? Weil natürlich das Öl, wenn der Motor läuft, den ganzen Motor verteilt ist und du musst warten, bis sich das Öl wieder setzt. Und das dauert so 2-3 Minuten. Erst dann kannst du die Probe ziehen bzw. unten an diesem Fenster schauen, wie der Ölstand ist. Wenn dich das interessiert, also die Fragen, die der Prüfer stellen kann zu der Klasse A, z.B. Ölstand kontrollieren, bremsen usw., dann schreib es doch mal unten in die Kommentare, was dich interessiert. Dann können wir ja, wenn ihr Lust habt, ein praktisches Video dazu drehen. Ich habe nämlich 2 Maschinen. Bei der einen hast du einen Ölmessstab und bei der anderen hast du ein Schaufenster. So ein Guckloch. Da kann man das mal machen. Okay, wir geben die Prüfung ab. Schauen wir mal, ob wir die Prüfung bestanden haben. Ja, mit 4 Fehlerpunkten. Was war das für eine Frage? Zusatzstoff, Frage 6. Das Motorrad möchte nach links abbiegen. Ach komm. Ich verringere meine Geschwindigkeit. Habe ich das nicht angekreuzt? Ich verringere meine Geschwindigkeit. Oh mein Gott. Ja gut, also konzentriert bleiben. Nachdenken. Nochmal nachlesen. Nachlesen. Dass du auch die Führerscheinprüfung beim ersten Mal bestehst. Okay. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Wenn ja, lass mir noch einen Daumen nach oben da. Und abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Jeden Donnerstag 19 Uhr kommt ein neues Motorradvideo. Machst du die Klasse B, also den Autoführerschein, dann jeden Sonntag um 19 Uhr. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.